Diese Aale wurden nicht gefangen, sie wurden angeliefert. Rund 150.000 künstlich aufgezogene Aale sind am Mittwoch zum Angelsportverein Bremerhaven-Wesermünde an die Lune gebracht worden. 32.500 Euro haben die Tiere gekostet. Der Grund für die ungewöhnliche Aktion, die Angler fangen immer weniger Aale, sagt der Vorsitzende des Vereins, Werner Frank. Der Aal hat leichte Schwierigkeiten im Moment. Er kann nicht mehr das reproduzieren, was wir sonst früher gemacht haben. Wir haben Zahlen von 1938 aufwärts und wir fangen nur noch nicht mal mehr 10 Prozent von dem, was wir vor 60 Jahren gefangen haben. Von daher waren wir der Meinung, es muss was getan werden für den Aal. Bereits zum fünften Mal läuft die sogenannte Besatzmaßnahme. Insgesamt 650.000 Aale wurden auf diese Weise schon in die Lune eingelassen. Und daher wird die Aktion auch groß zelebriert. Finanziert wird das Ganze vom Europäischen Fischereifonds, dem neu gegründeten Eel Sewardship-Fonds, verschiedenen Sponsoren und Spendengeldern sowie dem Anglerverein selbst. Die Ursache für den Rückgang der Aale ist laut Angler Werner Frank übrigens eine globale. Ja, die Aale wurden in vergangener Zeit sehr stark befischt und wurden von hier aus Europa weggebracht. Die wurden nach China und Japan verfrachtet und somit sind die natürlich hier nicht mehr vorhanden. Das war das größte Problem bisher. Und dann geht es los. Oberbürgermeister Melf Granz bringt als Schirmherr der Aktion die ersten Aale Schippe für Schippe in die Lune ein. Da es in der Lune keine Sperrwerke gibt, können die Aale sich hier ungestört entwickeln. Nach rund zehn Jahren schwimmen sie dann gegen den Goldstrom in die Sargasso-See nach Mexiko, um sich zu vermehren. Ein paar Jahre später kommt der Nachwuchs wieder zurück nach Europa. Angler Werner Frank hofft, dass die Aussetzung der Aale sich irgendwann auch bei den Fangquoten in Bremerhaven bemerkbar macht. Und dann an der Lune zu der Aktion nicht nur Thunfische und Fischburger, sondern endlich auch wieder Aale serviert werden können. Das würden wir dann auch machen, wenn wir das merken. Und die letzten zwei Jahre merken wir es, dass auch ein höherer Aufstieg, natürlicher Aufstieg da ist von Aalen. Dann wird natürlich auch sowas mal wieder aufgetischt. Warum nicht? Das gehört ja dazu. Ja, gut, die kleinen, aber der ganzen готов! Ja! Ja! Das wäre jetzt oder wie viel Verrücker was?